Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde TTT. Wir sind wieder in großer Runde unterwegs. Mit dabei haben wir den Captain. Hoi. Wir haben Cutouts Entertainment und den Nico anwesend. Hollerö. Wir haben das Öhrchen dabei. Hohoho. Wir haben Dave Crow dabei. Hutu. Echo Frequency ist auch der Start. Häh. Und Höf ist auch noch dabei. Und ich bin der Toll und los geht's. Captain, du Sau, du hast schon eine Waffe. Ich bin sie. Ich hab die gefunden. Ja, du bist rumgelaufen. Wir spielen die Karte McDonalds, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder? Ja, das ist ja auch so. Ich bin innocent. Hey, warum fahre ich hier nicht rein? Das sagt einfach mal jeder. Hey, ich hab überhaupt nicht geschossen. Warhard, ich komm nicht rein. Wann denn? Ich muss einfach die Tür aufmachen. Hörchen, was zieht du auf mich? Und das Ganze wird sich jetzt acht Runden lang hinterher und herziehen. Der Captain zieht auf mich. Ja, wo ist er? Wo ist der Putt aus? Captain, was machst du da? Der ist reingegangen. Nee, ich bin nicht... Ich steh vor, dich bist du behindert. Achso, bitte. Der... Wow! Warte, warte. Ja, alles klar, kommt sofort. Captain hat Öhrchen erschossen. Soll ich ihn auch da rein spucken? Ja, Captain war's. Captain ist es. Aber draußen schießt einer. Danke. Captain ist es. Draußen schießt einer. Ich mag das, wenn der Schaum auf der Cola ist. Oh, ja. Oh, ja. Oh, dann. Wo denn? Mann, warum erschießt du denn mich, wenn ich sag Captain ist es? Verdammte Scheiße. Wieso verratest du mich überhaupt? Na, um die Schuld von mich abzunehmen. Alter, du bist so ein. Ja, auf den Ding. Ganz genau. Pass auf, ich hab die Szene ja beobachtet. Du sagst ja Captain ist es. Und du beschießt ihn aber nicht. Ich hab aber auf niemanden... Ich hab doch auf ihn geschossen. Nee, hast du nicht. Doch, ich hab... Ich hab geschossen, aber ich hab nicht getroffen. Nee. Das macht der Niko gerne mal. Ja, ey. Dann. Hä? Wie konntest du nicht von... Mann, Mann, Mann. So, und auf geht's. Ja, ich hab dir die... Ich hab dir die Granate um den Nacken geworfen, hast du nicht gesehen, ey, Ko? Pocket Rifle? Was ist das? Ja. Ach, die doppeltläufende Sto-Bintest. Oh Gott. Geht's da runter? Oh, man hört sogar aufs Frauenklo. Das ging in allen Spielen. Das hättest du auch in Frauenklo. Äh, ich bin Preparing. Ja, Eko ist es. Ist das neu? Ist das neu? Ja, ja. Da bist du alles. Bei Preparing bist du alles. Ja. Eno. 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 Eko ist es. Wow, wer... Was machst du da? Was machst du da? Ey! Ey! Wer schießt da? Wer schießt da? Ich muss aber mal. Ich unterruch' ich ja... Warte. Du, ich... Oh, Eko, er schreckt mich nicht so. Ja, Traitor. Ja. Was ist da? Wer war das? Ölchen war Traitor. Ölchen? Höfe ist es nicht. Da ist... Ja gut, Höfe ist die Dave, Höfe. Und Tono ist es auch nicht. Bleibt nur noch Pure und Eko, oder? Ja. Eko ist auf der Toilette gewesen. Der erschießt mal einen von euch. Und dann wissen wir, dass der andere... Da oben sind sie. Dave ist da oben auf dem Dach. Ach, Dave gibt's ja auch noch. Ach, Dave ist auch noch da. Scheiße. Der müssen jetzt mal hier schießen. Scheiße. Es sind noch so viele, das ist jetzt schwierig. Ja, aber Dave hätte mich die ganze Zeit erschießen können, hat er nicht gemacht. Dann ist er Käpt'n. Oder Nico. Wo ist der Käpt'n? Tono, ich war bei dir. Ich hab mit dir Örchen erschossen. Aber der Tono, der ist doch hier so die Leute am Beschuldigen, würde ich sagen. Ey, guck, was machst du da? Ich hab aber Örchen erschossen. Halt mal kurz den Rat, ich bin der Detective. Wer hat Örchen erschossen? Ich geh jetzt in die Mission, ich geh jetzt den Käpt'n erschießen. Und das könnt ihr beide bezeugen, dass ihr beide, ja? Ja, ja, ich geh den Käpt'n erschießen. Wieso? Weil ich's kann. Wo ist der Käpt'n? Arschloch. Käpt'n ist es. Oh, es geht jetzt kalt. Verlass mich da mal auf Tono. Wir werden dich jetzt auch mit. Es ist Dave. Wo ist der Käpt'n? Der ist bestimmt schweißen drauf, sag ich nicht. Der ist bestimmt kacken auf dem Klo. Nein, ich bin nicht kacken. Geh doch. Ah, hier. Hier ist er hinten. Wie ist das? Hab ihn. So, toll. War's Käpt'n, ja. Ja. So. War aber nicht. Ich hab keine Chance. Es war einfach die, die, die Logik. Ich habe eine Trophäe. Die Logik hat sie. Wow. Wieso habt ihr überhaupt Öhrchen erschossen? Weil Öhrchen mich angeschossen hat. Öhrchen. Öhrchen? Öhrchi. Er war. Öhrchi ist das erste Reichsschiff. Was soll ich sagen? Dann hätte mein Rechner ruckelt halt böse wegen dem Upload, glaube ich, den ich noch parallel laufen habe. Wie weit ist denn der? Das ist nicht gut. Ich muss auch uploaden. 80 Prozent oder so. Ja, ich hätte auch keine Internetleitung. Ja, aber das darf jetzt auch nicht mehr so lange dauern, oder? Repairing. Null vor Null. Geh doch mal weg hier. Jetzt bin ich wieder mit einer Waffe unterwegs. Läuft vor euch der Timer runter? Ja. Ja. 4, 3, 3, 2, 1. 1. Detektor. Ich bin InnoStand. Detektor. Wer, 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 wer? Wer schießt? Oh, Alter. Echo ist im Auto. Was? Wieso? Ich hab Tonne die Sau gehört von Dale. Ich hab Echoes gehört. Ich hab Tonne gehört. Hilfe war's nicht. Nein. Verdammt. Wer war das? Oh, Echo war's, ja. Ja. Okay, Peule war's nicht. Tonne noch, ne? Ja. Ich hab auch noch Tonne, du Sau gehört. Okay. Oder war das Echo? Oh Gott, ich kann's gar nicht sagen. Wer, wer schießt da? Ich hab jetzt durchs Fenster durchgeschossen. Oh, komm. Headshot auch gesagt. Alter, weiter. Mal platt. Oh, ich bin's, ich bin's. Ich bin's. Ruhig, Leute, ruhig. Der Tonne hat auf mich geschossen. Der ist mal irgendwo hier. Ja, dann, sorry mal bitte. Ja, ich muss den alleine suchen, oder was? Ja, du suchst ihn. Was seid ihr fies, ey? Das ist Öhrchen. Ich, ich, ich nehm die Waffe mit. Ich will die Waffe. Dave und Peule. Ja, Tonne, du bist es doch, ne? Du sagst auch gar nichts. Ja, ja, weil er sich versteckt. Damit wir ihn nicht hören, ne? Aua. Dave ist es, ich glaub's nicht. Mein Gott. Achtung. Ich sag's auch noch im letzten Todesröcheln. Aber dieses Achtung, Granate, ne? Das kannst du dir sparen. Du bist tot. Weißt du, das hat er sowieso nicht gehört. Denn der war's eher ein Achtung, Granate. Weißt du, im letzten... Ich lag auch bei ihm. Im Todesröcheln sag ich noch Dave. Und dann haut er rein. Ja, Tonne, du Sau. Das ist gut, oder? Im Todesröcheln ja noch... Lauf ohne mich weiter. Als Nico wäre, würde ich laufen. Mein Echo, ich hatte gar keine Chance in dem Raum. Was soll denn das? Was ist hier los? Keiner nervt. Aber ich würd sagen, jetzt gleich bei der Karte hier... Oh, ein Schmetterling. Hab ich dich tatsächlich noch mit der Granate erwischt, ja? Oh, alle. Alter, ich hasse die Railgun, was? Wieso? Ich will eine andere Waffe haben. Ich häng fest, ich häng fest. Ich häng fest! Warte, ich schieß dich raus. Jetzt bin ich für den. Hat es geklappt? Lol. Hat es geklappt? Ja. Zum Glück war noch Preparing, Alter. Warte, warte, warte. Jemand ist gestorben gerade. Deine Mutter. Nee, ohne... Nein. Ich hab aber auch dieses... Ah, gehört. Ja, im Haus ist er gestorben. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich wollte hier die Scheibe einziehen. Ich bin ganz so gerade da. Alter, ich hab... Jemand ist hinten gestorben. Das war Örchen, der... Hilfe, Hilfe ist hier hinten ganz alleine versteckt. Entweder Tonne oder Örchen. Au, 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 hör auf, hör auf. Hör doch auf. Meine Fresse, ey. Da ist Nico. Tonne oder Örchen. Hilfe. Hilfe uns. Okay, das ist ganz drei. Ja, okay. Aber was leckt das, ey? Ah! Jop. Ich hab dem schönen Standbilder. Du wieser Hund, oh. Wollen wir mal ganz ehrlich? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Wieso schießt du auf mich? Fahr. Ah, wau! Das hab noch krank. Los, los! Lassen wir die Leichen miteinander kuscheln. Ihr Schreiner, Jungs. Ne, aber das hab ich schon seit zwei Runden gemacht. Oh, nö, mama. Annesliebelsauk. Dö, 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 dö. Bildschitihtern. Kannst doch mal in Wall點 sein. Unglaublich. Oh your Schreiner, ey. Oh Gucci. Meine Frau hat bei den Animationen gerade gefragt, ob das FIFA wäre, weil die sich auch so bescheuert über das Feld bewegen. Ja, wahrscheinlich. Ey, wer schießt hier? Ich schieße nur durch die Fenster. Nein. Weil die Wacht wäre scheiße. Inno! So. Ey, Öhrchen, sauber. Ich verstecke mich jetzt und will ganz allein gelassen werden. Hast du gerade auf mich geschossen? Willst du mich abschießen? Ja, weil ich dachte, du willst mich abschießen. Nee, wollte ich nicht. Ich habe gar keine Lust mit euch zu spielen. Nico, warum bist du verwundet? Weil Öhrchen auf mich geschossen hat. Aber er hat es nicht zu Ende gebracht, also weiß ich nicht, ob er es ist. Wer ist das? Wer ist das? Nico? Wirf deine Waffe weg. Ah, Mann. Nein. Ganz ehrlich, nein. Wenn du deine Waffe nicht wegwirfst, tötig dich. Warte, Dave hat auf dich geschossen. Dave ist. Und jemand ist noch nicht da. Und Echo. Du meinst, und Echo. Ich höre ein schlimmes Piepen. Nee, nee. Ich bin noch davor. Ich habe es noch davor gesagt, also bitte. Ich bin noch davor. Ja, Alter, lass mich. Komm, du schießt. Das ist so eine Quantenphysik-Zeitform. Hilfe, ich wollte nicht schießen, sorry. Genau. Ich komme raus, ohne Waffe. Ich komme raus, ohne Waffe. Ich komme raus, Echo. Nein. Wie ihr nicht zuhört. Wie ihr nicht zuhört. Echo, wärst du geblieben, wo du warst. Hör mal, die Bombe geht doch gleich hoch, Mensch. Ich habe überhaupt keine Bombe gesehen. Aber da habe ich... Am Lüftungsschacht habe ich ging gesehen. Ich habe nur was Piepen hören. Da habe ich dir zu Recht vertraut, Öhrchen. Ich bin stolz. Ich hab das Spiel doch immer noch nicht. Bin ich der Einzige, der noch hier ist? Das ist ja perfekt, dann wirst du mir bestimmt ins Gesicht schießen. Ich wollte gar nicht auf dich ballern. Das wollte ich auch nicht. Das war ein Reflexschuss. Ich hab Angst gehabt. Ich hab mich einfach erschreckt. Kann ja mal passieren. Oh! Nicht bei McDonalds. Doch. Bei Burger King hätte ich nie gesehen. Auch nicht bei McDonalds. Ja, Echo ist es. Ey Enter, wir haben noch Preparing. Erstmal ruhig ey. Nico auch. Okay, Dave ist es. Er versucht abzulenken. Was? Ja, Dave ist es. Eindeutig. Detective, Detective. Der Kassierer ist es. Der Kassierer. Da ist Tano. Ich zieh ja nicht auf dich. Nico, hau ab. Der Kassierer. Er kommt mir nicht so gefährlich an mit deiner Augen. Das ist Dave. Das ist ein Revolver. Du kannst auch den Defibrillator kaufen. Aber ich traue Örchen nicht. Ich hab grad was anderes gekauft. Ich hab das dieses Körper von der Ferne ins Raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus, Dave. Geh weg, Dave. Geh weg. Geh weg von mir. Wie aber zu Tano gestürmt haben. Ja, Öhrchen, das tut mir ziemlich leid, aber der Hülfer hat hinter die geschossen und der war Traitor. Oh, ich laufe vor die Hülfer. Ich laufe auch ohne Waffe, wenn du hier guckst, der holst da. Okay, gut. Wo sind die anderen? Im Hause noch zwei. Okay. Wer hat die Hülfer erschossen? Oh, wer war das? Das war's nicht. Eiko? Nee, ich hab die beide erschossen, aber Öhrchen waren versehen, weil Hülfer hinter dem Standlauf, den er geschossen hat. Ein Versehen. Das war nicht beabsichtigt. Hat Hülfer geschossen? Nein. Ja. Hülfer hat auch... Wie kommt man da hoch? Gar nicht. Ah, laufen. Okay. Was ist hier los? Wir sind jetzt auf dem... Wir sind jetzt alle auf dem Dach und lassen die Zeit runterlaufen. Einer muss ich verraten. Wer ist jetzt alles tot? Das Problem ist, die Bombe kann ja auch platzen. Äh, wo ist Dave? Ja, das frag ich mich auch gerade. Wer ist da grad runtergegangen? Dave ist tot. Einer von da oben ist es. Nein. Dave hat wahrscheinlich... Dave hat wahrscheinlich... Dave hat wahrscheinlich eine falsche Leiche gesetzt. Oh. Alter. Also ist Dave der Traitor oder was? Nee, ich glaub eher Captain, weil er so ein Unwinn erzählt. Ähm, nein. Man kann nicht falsche Leichen setzen. Ah, der schießt auch nicht. Ich war's hier. Hallo. Ach, scheiße. Alter, wie ich es immer sein soll, ne? Wenn du schießt, wenn du nicht... Ich wollte auf die Schrot wechseln, hab's aber mit dem Scrollrad nicht hinbekommen. Ich wollte grad die Leiche untersuchen, das hätte ich wahrscheinlich verraten, oder? Ja, vielleicht, weil ich hab Dave getötet. Nico, du Misssaue. Ja, wie du doch sagst, ja, ich mache extra Hold-Stat. Ich konnte nicht verstehen. Ja. Ihr seid so widerlich, ihr beiden. Um, too sexy for my shirt. Ah, herrlich. Die ist echt scheiße. Hey, Winchester. Ja, die ist scheiße. Die Start. Ja, du musst dreimal um den Kopf schießen. Wollte ich grad sagen. Ja, dann nehm ich lieber die M16, naja. Äh... Ich nehm... Ich nehm die Atombombe dahin. Die Atombombe? Was? Hello! Wer ist das? Wer ist das? Captain, ich bin's, ich bin's. Ich bin innocent. Ich bin ein Detektor. Das ist Echo. Welcher ist Detektor? Achso, das ist dieser komische... Genau. Okay, Örchen ist es schonmal nicht. Ich bin's auch nicht. Oh, ich hab Durst. Ich trink ne Sprite. Dann kannst du ja nur Hilfe geben. Sprite, ja auch nicht. Geht hier gar nicht. Kann man einen neuen Käse bringen? Die geht mir ein bisschen aus wie die Cheeseburger. Käpt'n? Hau ich auch noch. Käpt'n? Darf ich dir vertrauen? Ja, ja, ja. Okay. Käpt'n, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir, Käpt'n. Käpt'n, ich bin hinter dir. Ey, Tonno. AAAAAH! Vorsichtig! Was? Was? Ich hab sogar angegeben, dass ich das bin, Mann. Hörchen ist Detektiv. Okay. Gott, voll verwirrt. Eigentlich könnten wir alle reingehen und Let's Cook machen. Ja, ja. Machen wir doch, Leute. Let's Cook, was passiert. Guck mal, meine Ecke. Gleich kann ich den Link einblenden. Let's Cook, meine Ecke. Detektiv eigentlich ist alles für Tasten drücken. Du kannst unter C auch reinkaufen wie die Traitor. Ja. Let's Cook, Traitor. Ja, jetzt sehen wir mal die Nummer 5, ne? Ja, ich weiß nicht. Und einmal die Nummer 8, bitte. Hallo, Tonno, Moment, warte. Hier. Ja, gut. Das ist die Nummer 8. Ja, gut, das ist die Nummer 8. Ähm, ja, und dann einmal die Nummer 5, bitte. Okay, kann man auch rein. Können Sie bitte schneller machen, ich möchte mein Big Meal. Ja, ist ja gut, ja. Ein Big Meal. Wir haben nur noch einen. Achso, es war noch ein Chili-Schief. Hallo, Captain. Nur mit einem Auto hier an der Stelle, ja? Wer schießt da? Wer schießt da? Dave Crow brennt. Dave Crow brennt. Okay, Tonno und ich haben nichts gemacht. Ich sterb. Wer ist das? Da hinten hat jemand geschossen. Captain ist es. Und Tonno auch, oder? Tonno hat nicht geschossen. Ich war hinterm Auto, ich konnte nicht schießen. Jaja, das würde ich jetzt auch sagen. Wer ist da los, Tonno? Ecke war inner. Ah! Ah, Tonno. Die. Ja. Ich sag's doch. Boah, ist das sterblich? Diese geballte Übermacht. Alter, Captain, du hättest ein bisschen warten müssen. Die standen alle vor der Scheiße. So wenig Zeugen wie möglich. Die standen alle vor der Scheiße. Vor den scheiß Burgern standen die. Achso. Macht keinen Unterschied. Ist ja McDonalds. Ja, mein ich ja. Geil, ey. Ich bin doch mit Captain am Meckern nicht hier. Und Ecke macht wieder Pyrofonie. Und Ecke macht wieder Pyrofonie. Boah. Das sieht falsch aus irgendwie. Hörchen. 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 Hörchen ist wieder Detekte. Ja, wenn man nicht tocken kann, ne? Dann muss man sich selber düsen. Ich hoffe da deine Frau guckt sich die Folge an. Hörchen, Hörchen ist wieder Detekte? Hörchen. Hörchen ist wieder Detektive. Ja, ich wollte auch mal der ... Person von mir sprechen. Achso, achso. Da ist der Nico. Der ist ein Traitor, der sieht schon so verdächtig aus. Ja, immer. Der hat nicht die Schuhe auf. Es gibt Schuhe, Traitor? Traitor-Schuhe? Da ist ein Nico? Ich hab mir Bombe gehört. Ich hab mir Bombe gehört. Da ist Ölchen und wer ist daneben? Ich hab mich müh vor der Tür. Hä? Alter wer ist da drin? Hab ich jetzt erst gesehen. Da drin ist einer. Oh was ist hier los? Wer schießt? Der verdaut. Irgendjemand schiebt. Wo denn? Da in der Ecke. Da oben. Komm. Hier. Im Haus ist er drin. Haus. Was ist denn das? Hab ich ihn nicht da grad gesehen? Das ist ein Traitor Room. Ja. Ja. Captain, wo bist du jetzt? Das ist kein Traitor Room. Ich konnte da auch rein. Das ist kein so gutes Versteck, wenn alles explodiert. Du musstest mich ja verraten, du Arschloch. Ja, Entschuldigung. Ich wollte einfach mal ein Fass rausholen. Ey, aber es hat sich vorhin so angeboten, als der eine mit dem Fass rumgespielt hat. Ich musste einfach raufschießen. Ich konnte nicht anders. Arschloch. Wer hatte das Fass von euch? Ich. Alter. Alter. Wir können das ganz friedlich werden. Ganz friedlich. Auf die Tour. Wir können Freunde werden. Ich glaube nicht. Niemals. Du musst nur sterben. Okay, also es gibt ne Traitor. Was? Wieso? Wenn ich Nico erschossen hab. Ja. Ja, um von dir abzudenken. Genau. Wer ist nicht der Erste? Oh, Dave, Mann. Das war's für diese Folge. Oh Gott. Das war's für diese Folge. Ciao, ciao. Ja, gut. Hau rein. Tschüss.